Musik Zum Parteitag der CDU in Stuttgart vom 30. November bis 2. Dezember finden Sie aktuelle Berichte auf CDU-TV. Und den ersten Beitrag haben wir hier im Konrad-Adenauer-Haus gedreht. Ein Besuch bei CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla. Was sind für Sie die zentralen Themen des Parteitags? Wir wollen ein Entlastungsprogramm für Deutschland in der nächsten Legislaturperiode, damit die Menschen wieder mehr Netto vom Brutto haben. Wir machen deutlich, dass wir Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang bringen und unsere ambitionierten Klimaschutzziele aufrechterhalten bleiben. Und wir machen deutlich, dass wir großen Respekt vor der Lebensleistung der Menschen in den neuen Bundesländern vor der Wende und nach der Wende haben. Und dieser Respekt wird in dem Antrag Perspektiven für die neuen Bundesländer deutlich. Was verbirgt sich hinter mehr Netto vom Brutto? Mehr Netto vom Brutto kann dadurch erreicht werden, dass wir die kalte Progression zurücknehmen, damit sich Lohnerhöhungen und Mehrarbeit stärker im Portemonnaie der Arbeitnehmer auswirkt. Und wir wollen das Ehegattensplitting weiterentwickeln zu einem Familiensplitting, damit Familien mit Kindern steuerlich besser gestellt werden als bisher. Welche Rolle spielt der Parteitag im Hinblick auf das Wahljahr 2009? In dem Antrag Die Mitte Deutschlands Stärke legen wir die Pfosten fest für das nächste Wahljahr. Wir machen deutlich, dass wir den Menschen, nach denen wir ihm jetzt einige Jahre einiges zugemutet haben, in der nächsten Legislaturperiode Steuerentlastungen zurückgeben wollen. Wir machen deutlich, dass wir im Arbeitsmarkt ein Arbeitsgesetzbuch schaffen wollen, das Flexibilität und Sicherheit miteinander verbindet. Die CDU will auch ein Stück weit den Weg in das zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zeigen. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wir haben jetzt durch das Superwahljahr 2009 die einmalige Chance, die Grundlagen für das nächste Jahrzehnt zu legen. Angela Merkel hat auch in schwieriger Zeit bewiesen, dass sie Deutschland auf einem Erfolgskurs gehalten hat. Die Arbeitslosigkeit ist um über zwei Millionen zurückgegangen. Wir haben den höchsten Beschäftigungsstand in Deutschland seit Menschengedenken und wir wollen diesen Weg im nächsten Jahrzehnt zugunsten der Menschen weitergehen. Noch ein letztes Wort zu Stuttgart. Freuen Sie sich auf Baden-Württemberg? Ich freue mich auf Baden-Württemberg und Stuttgart. Ein Parteitag ist immer was Besonderes für einen Generalsekretär. Dieser Parteitag wird deutlich machen, dass wir unter Führung von Angela Merkel mit einer guten Mannschaft ins Superwahljahr gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017